Cheers Freunde, ich hab mich gefragt, ist Social Media peinlich? I remember when, I remember, I remember when I lost my mind Woo, woo, woo So special about that place Moment mal, das ist jetzt der Song der Elevator Boys? Da hab ich irgendwie mehr erwartet No, hey, give up, no, hey She took the blood and the guy she got broke out Look at the world Gangnam Style Boah, ist Jakob alt geworden, echt krass Ich hoffe, der ist größer, aber schöner find ich ihn trotzdem Ey, das hier erwarte ich definitiv auch sehr viel größer Wow Ja Cringe-Challenge oder auch TikToker zeigen ihr wahres Ich Cheers Irgendwann fängt echt jeder an auf TikTok zu tanzen Kannst du nichts machen, es passiert einfach Aber wie würdet ihr euch eigentlich zwischen Geld und Liebe entscheiden? Was soll ich nehmen? Liebe oder Geld? Das ist besser Wow Ich bin berühmt Oh yeah Oh yeah Genau das ist einfach jeder TikToker nach dem ersten viralen Video Cheers Cheers Cheers